Jetzt gibt es Flammkuchen. Wir sind ja eine Mosel. Weinberg passt Flammkuchen natürlich super. Teig haben wir hier wieder ein bisschen fertig zurecht gelegt. Bisschen creme fraiche, ganz ganz wichtig. Das ist ja, guck mal, dann wird die schön da drauf gestrichen. Auch schön den Rand freilassen. Wir machen jetzt Garlickpepper von Varios drauf. Für ein bisschen extra Schwung und ein bisschen extra Geschmack. Sieht gut aus, sieht gut aus. Und vor allen Dingen so ein bisschen Knoblauch. Lecker und gesund. So, bisschen Speck. Ich habe jetzt so ein bisschen Schinkenwürfel genommen, hat ein bisschen weniger Fett, deswegen haben wir ein bisschen mehr Creme Fraiche drauf gemacht. Das ist ja, sag ich mal, so eine richtig schöne Vespermahlzeit, sagt man ja dazu. Abends ein Salätchen dazu. Und dann mache ich noch ein bisschen Zwiebeln. Lecker. Und dann einfach, weil es auch erstens lecker ist und weil es schön aussieht, ein bisschen Ringe vom Frühlingslauch oben drüber. So, und dann zupfen wir uns noch ein paar ganz frische Thymianblättchen oben drüber. Das gibt nochmal einen richtigen Pep. Und jetzt kommt es aber auf den Pizzastein. Im Grill 200, 220 Grad. Kann nochmal 250 Grad. Ist nicht so tragisch, geht dann halt nur ein bisschen schneller. Deckel auf. Pizzastein ist schön heiß. Dann mit dem Backpapier den Flammkuchen schön drauf machen. Wie gesagt, der wird sehr schön knusprig von unten. Aber schnell den Deckel drüber. Und jetzt zehn Minuten höchstens. Flammkuchen ist fertig. Mal drunter gucken. Ah wunderbar. Lass mal auf, schau mal drunter. Wie schön knusprig der geworden ist. Sehst du das? Ah wunderbar. Das geht halt nur mit einem Pizzastein. Jan. Lust auf Flammkuchen? Lecker. Dann wollen wir mal gucken. Was hast du uns jetzt mitgebracht? Werft den Flammkuchen drauf? Ich habe hier einen Passionsfruchtessig. Oh, halb so Zinsäure. Also ganz toll, um das so ein bisschen drüber zu machen. Das ist ein Essig, den man übrigens ganz gut auch in Sprudel trinken kann. Was für ein Zufall. Du hast ein Glas mitgebracht. Mach mal rein. Wollen wir da mal probieren. Oh, das riecht schon gut. Ja, also wie gesagt. Morgens im Sprudel, mittags auf dem Salat und abends im Sekt. Das geht wirklich wunderbar. Oder auf dem Flammkuchen. Oder auf dem Flammkuchen. Lecker. So, und das ist natürlich auch, wie gesagt, ein kleines Salatchen dazu. So ein Gläschen. Mit deinem Essig dazu. Und schon hast du noch ein leckeres Abendessen. Komm, wir probieren mal. Vorsicht, heiß. Ist immer das Schönste. Vom Kochen und Probieren. Genau. Richtig.